Der Nebel Wenn wir diesen Brief jetzt jemandem zeigen, dann kommt vielleicht alles raus. Damit könnten wir Simon in Gefahr bringen. Ich werde heute Abend in ein Konzert gehen und will vielleicht jemand mitkommen. Ich würd gern. Du kannst ja nicht mal Mama singen hören. Hast du schon mal überlegt, ein Instrument zu nehmen? Da oben dudelt dieses Ding und zwar ohne Unterlass. Was ist verkehrt an meiner Musik? Wovor habt ihr so ne scheiße Angst? Er ist vielleicht in Gefahr. Wo ist der Brief? Inga hat ihn verbrannt. Wieso denn? Stell dir vor, sie hätten dich gefunden, Simon. Wir haben hier eine junge Frau. Sie wurde in Auschwitz gerettet. Bist du gekommen, um mir deinen Stammbaum zu erklären oder willst du mit mir schlafen? Du hast es gewusst, oder? Warum hast du nichts gesagt? Wir sind verdammt nochmal gut ohne dich klargekommen! Es geht hier um dich, Simon. Um das, was du willst. Von dir von mir dir aus. Vier kamen real auf. Bauch ober. Dan. Du bist